Viele Klicks, viele Kommentare, neue Abonnenten und ganz viele neue Anfragen für dein Coaching-Angebot. Das ist das Wunschszenario, wenn du als Coach auf YouTube gehst und Videos machst und wie das genau aussehen kann und was es dafür braucht, das perfekte YouTube-Video, damit du das auch erreichst, das zeige ich dir in diesem Video. Wenn wir uns so ein YouTube-Video anschauen, dann sollten wir das erstmal unterteilen. Wir teilen das Video auf, nämlich in Hook, sprich der Beginn des Videos, der eigentliche Hauptteil und der Call to Action, der CTA. Darüber steht dann der Titel und darüber nochmal das Thumbnail. So ist mal ein Video runtergebrochen im Kern und ich zeige dir jetzt mal, was du nicht tun solltest. Du solltest nicht ein Video aufnehmen, dir ganz viel Mühe geben und dann bei der Verpackung einfach schnell schnell das Video hochladen, im schlimmsten Fall einfach ohne Thumbnail veröffentlichen. Du solltest dir auf jeden Fall ganz viel Zeit lassen beim Thema Verpackung, sprich Thumbnail und Titel. Das ist eine Wissenschaft für sich, das zeigen wir in unseren Trainings unseren Kunden, wie sie diese Wissenschaft für sich anwenden können, damit auch die Videos geklickt werden. Das heißt, erstmal ganz stark Fokus legen auf Thumbnail und Titel. Bevor du überhaupt ein Video aufnimmst, machst du dir Gedanken zum Thema. Viele sprechen beispielsweise in der Zielgruppe vorbei, das ist ein Riesenproblem. Die einzigen Themen, worüber du sprechen solltest, sind im Kern, dass du dir vorstellst, hey, das ist mein Kunde und in seinem Alltag passiert ja vieles. Er hat gewisse Probleme, die ihn beschäftigen. Er hat gewisse Schmerzen, die ihn beschäftigen. Er hat gewisse Glaubenssätze, Einwände, die ihn davon abhalten, einfach voranzukommen oder auch bei dir Kunde zu werden. Er macht vieles falsch, weiß aber nicht, dass das Fehler sind und er hat einfach gewisse Wünsche, die er aber erreichen möchte. Und du solltest genau über diese Themen sprechen in deinen Videos. Und wenn du jetzt so ein Thema für dich identifiziert hast, dann machst du dir vorher Gedanken zum Thumbnail, sprich Thema, Check. Dann kommt Thumbnail, Titel. Das machst du vorher, Check, dann kommt der Titel, Check. Warum ist das so? Denn jetzt kommt die Hook. Jetzt kann ich nämlich die Hook auf die Verpackung anpassen. Bedeutet, viele machen den Fehler, sie stellen sich erstmal vor, begrüßen den Zuschauer, haben noch ein schönes Intro, einen schönen Einspieler. Aber das ist für den Zuschauer relativ unwichtig, relativ egal. Der Zuschauer hat das Thumbnail gesehen, den Titel gelesen, er möchte jetzt konsumieren. Das bedeutet, macht ihr Gedanken zu einer Hook. Es können zwei, drei Sätze sein, da gibt es auch wieder verschiedene Methoden. Lernt man auch bei uns im Training. Wie kann ich eine Hook kreieren, die nochmal den Zuschauer fesselt, also ihn hookt, dass er dran bleibt auf dem Video. Dann schreibst du am besten diese Hook einmal aus. Du schreibst sie aus, weil die ist ultra, ultra wichtig. Und dann machst du dir Gedanken zu deinem Video. Das heißt, nicht vorher aufnehmen, sondern du machst dir erst dann Gedanken, wenn die Verpackung steht. Jetzt haben wir alle Elemente erledigt. Jetzt kommt es darauf an, das Video richtig aufzubauen. Und hier sehe ich auch sehr, sehr viele Fehler. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist, wenn du anfängst, über das Wie zu sprechen. Wenn du Tipps gibst. Gerade als Coach ist es ja so, dass die Versuchung ja sehr nahe liegt, es selbst zu versuchen, umzusetzen. Wenn du jetzt ganz viele Tipps preisgibst und immer über das Wie sprichst, wie deine Methode funktioniert, wie dir einfach das Ganze im Detail aussieht, dann wirst du keine Kunden gewinnen. Viel besser ist es stattdessen, Kaufinteresse zu wecken, Bedarf zu wecken, indem du über das Was sprichst. Wenn du über das Was sprichst, erzeugst du Kaufinteresse, Bedarf, aber der Zuschauer, der potenzielle Kunde weiß nicht, wie es geht. Er muss mit dir sprechen. Und genau so baust du dann den Inhalt deines Videos auf. Du sprichst über das Was. Und zu guter Letzt, was jeder vergisst, aber so ausschlaggebend ist, ist der Call to Action. Vergiss nicht zu pitchen. Dafür ist ein Video da, damit du am Ende des Tages Kunden gewinnst. Das heißt, pitchen auf dein Angebot, auf dein Erstgespräch, auf deinen Lead-Magneten, was auch immer bei dir hier im Vertriebsprozess ist, solltest einfach darauf pitchen, in jedem Video ausnahmslos. Vergeute dann bitte auch keine Zeit mit unzählig langen Beschreibungstexten. Das ist tatsächlich das unwichtigste Element der Beschreibungen. Früher war das ja so, man hat das ja für SEO verwendet. Mittlerweile wird das von YouTube gar nicht mehr bewertet. Das heißt, kannst du einfach knicken, pack in der Beschreibung wieder deinen Pitch rein. Call to Action. Pack das einfach rein, damit man dich auch erreichen kann. Und das wäre eigentlich im Kern so ein YouTube-Video, das dir wirklich auch Anfragen bringt. Und falls du lernen möchtest, wie du solche klickstarken Videos kreierst, die wirklich von Sekunde 1 in die Sichtbarkeit gehen und auch wirklich den Zuschauer dazu bringen, sich bei dir einzutragen für ein Erstgespräch, dann komm in die kostenlose YouTube-Analyse. Wir zeigen dir, wie das auch für dein Angebot realisierbar ist. Ich freue mich auf dich, Tom.